Eine einseitige Präsentation von irgendwas ist interessant und auch prima, aber richtig spannend, finde ich, ist das geworden, seit eben Kommunikation deutlich stärker über diese Medien läuft und laufen kann und ganz neue Möglichkeiten bietet. Ja, was erwartet Sie jetzt in den zwei Tagen? Das Programm bleibt zunächst mal so, wie Sie das in Ihrer Tagungsmacht vorfinden. Das bedeutet heute...